In der zweiten Runde des Regionalpokals kamen die Volleyballfreunde Blau-Weiß-Soyers-Wader über einen Achtungserfolg nicht hinaus. In heimischer Halle hatte man am Sonntag mit dem TSV Chopau und den Lee-Volleys aus Leipzig zwei Mannschaften aus der zweiten Bundesliga zu Gast. Gegen Chopau konnte man einen Satz gewinnen, verlor die Partie aber mit 1 zu 3. Gegen die Messestädter gab es eine klare 0 zu 3 Niederlage.